So, da sind wir auch schon direkt bei der nächsten Aufgabe. Ich habe gerade das Video fertig gemacht mit dem, wo ich euch erkläre, wie ihr Gold farben könnt. Guckt einfach mal, welches ich gerade eben hochgeladen habe. Würde mich natürlich auch unterstützen. Jetzt gehen wir erstmal hin, kaufen Gegenstände beim Verkaufsautomaten. Ihr seht schon, ich habe kein Gold. Ich habe jetzt 180 Gold. Einfachste Variante, nicht hier die teure Waffe oder so kaufen, sondern kauft euch halt wirklich Munition. Einmal, zweimal, dreimal und ihr seht, zack, 8000 XP. Ganz entspannt. So könnt ihr das Ganze natürlich auch machen. Und in dem Sinne bin ich dann erstmal raus. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Lasst gerne ein Like da, gerne ein Abo dalassen. Euch viel Spaß beim Gold farben. Ich glaube, so schwer ist es nicht. Also 500 Gold und man müsste eigentlich schon fast alles zusammen kriegen. Außer die exotische Waffe, da muss ich gleich selber mal gucken, was die kostet, damit ich für euch halt die Aufgaben auch fertig kriege. Und denkt dran, vergesst nicht ein Like da zu lassen, gerne ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe und haut rein.